Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Drani und ich gebe euch nur eine kleine Info für das nächste BG. Das wird im Dialekt sein und zwar im rein hessischen Mainzer Dialekt. Das ist in dem Fall Mischmisch, weil ich bin zwar gebürtiger Mainzer, aber den Dialekt genau kann ich so nicht, weil es wird immer weniger gesprochen, deswegen ist sowohl rein hessisch als auch Mainzer Dialekt drin. Aber so als gar eine Sonderfolge, damit ihr auch mal den Dialekt ein bisschen kennenlernt, weil denen sprechen halt sehr, sehr wenige, da ist auch kein großes Gebiet und ich dachte mir auch, komm, machst du mal sowas. Also, nicht wundern, wenn es gleich ein bisschen merkwürdig klingt. Bis gleich. Ein guter Wee, ne? So, was haben wir denn hier? Zwillingsgipfel, Flagge BG, mal gucken, ob es wieder unentschieden wird. Am letzten Mal war es ja unentschieden, weiß ich gar nicht, wie oft ich das überhaupt schon hatte. Also, es ist eigentlich interessant, ne? Wenn es die ganze Zeit hin und her geht und dann machst du es unentschieden, weil keiner eh schon wieder zum Zug kommt. Gut, ich meine, wenn du natürlich hier so 10, 12 Stacks hast, da geht einer drauf, haut seine CDs raus und dann fällt er halt um. Ist halt normal, ne? Vor allem, wenn der Rest nicht mitspielt. Okay, gut. Oh, drei Heiler. Jesus, Maria. Ah, noch zwei Schammis. Bäh. Oh, schön, bei uns ist schon einer raus. Geil. Äh, einer unserer beiden Heiler wollte die Flagge holen. Das ist natürlich interessant. Oh, Deffen, nein, oder? Oh, Deffen, ich glaub's nicht. Oh, wie kann man da so blöd sein? Oh, scheiße. Gleich mal hinschreiben, das ist Blady Days, aber jetzt ist es eh zu spät. Jetzt kannst du halt zurückreiten. Da vorne wird ein bisschen gezeigt. Ja, okay, wir haben die Flagge. So, jetzt geh ich schon mal hinher. Dann müsst ihr hier gleich was rauskommen. Ja, da ist der TK. Hallo, Hunter. Stun. Nochmal. Ist er down? Ein inline. Hoppala, ganz viel Nullgeschribbel. Das seht ihr natürlich jetzt nicht. Schammi, äh, äh, Hunter, wie wärst du, wenn du mal auf den Schammi gehst? Jetzt kriegst du dann inline. So, und jetzt gehst du den Stun und jetzt bist du hoffentlich tot. Ja, da ist er tot. Jetzt komm. So, du bist der Nächste. Scheiße, da ist noch ein Heiler, oder? Ja. Inline. Stun. Das hier ist ein Vengeance. Handauflegung. Oh, der Platz ist aber schnell. Ja, die sind schon blöd, gell? Anstatt, dass sie hier die Flagge holen. Es ist unglaublich, wie blöd die sind. Und wir sind unter 8. Geil. Alter Schwede. Das gibt's auch gar nicht. Wie blöd kann man denn sein? Fick dich, Mage. Ja, komm her. Komm, komm, komm. Komm. So, zack. Hab ich dich. Wie blöd muss man eigentlich nicht sein? Die Alice nicht schon... Sorry. Da fällt mir nichts ein. Wie kann man denn so scheißen blöd sein? Die sind zu dritt, viert hier, die haben einen Heiler dabei, einen DK und so weiter. Die hätten doch einfach die Flagge holen können und fertig. Wie kann man denn so scheiße sein? Also, ganz ehrlich. Steffen macht mal nett, weil das blöd ist. Das bringt nichts. Wir haben jetzt nur den Punkt gemacht, um das mal festzuhalten. Wir haben aber nur den Punkt gemacht, weil die Alice so blöd waren und nicht die Flagge geholt haben. Das ist unglaublich. Jetzt habe ich vier Leute dahinter gehen. Vier Leute habe ich die Kiel, weil die so blöd waren. Oh, wieder einblenden. Was machen die da? Okay, der geht übers Wasser. Kommst du jetzt oder kommst du nicht? So, drei, zwei, eins, dann. Wow, 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 wow. Schau, wie hat inline. Na, wo ist er denn jetzt? Ah, da. Ich sehe da nichts. Ich muss mich gar nicht konzentrieren. Ich schiebe Vengeance an. Du bleibst hier. Du kommst nicht fort. Ja gut, der wird doch schon gehalten. Das merkst du dann schon. Ja, das war's dann jetzt. Das war's. Da konnte ich auch nichts mehr machen. Alter Schwede. Das sind nur... Aber wir sind... Ah, 9 zu 8. Drei Leute sind raus. Drei Leute sind raus. Das muss man sich auch mal, weil die drei Leute sind raus. Das ist geil. Vor allem bei uns gleich am Anfang mal zwei irgendwie raus. Und trotzdem... Wir sind eigentlich nur der FC-Kehle. Oh, hat der der Bersi genommen? Nee, ich dachte gerade schon, wie blöd müsste es sein. Man ist ja nur 10% mehr Damage, ne? Ja, das Problem mit Heiler-Kehlen ist, hier sind drei Heiler. So, jetzt hat er innen... Ah, wo ist die Flagge? Nein, das gibt's doch nicht. Ich hab die Flagge nicht gekriegt. Jetzt aber dann. So, jetzt aber. Sag mal, wie stellen sich die Alice denn gerade an? Sag mal, wie blöd musst du... Sie stellen sich gerade echt... Sie stellen sich blöd an. Ein wenn du blöd, da fällt mir nichts zu auf. Ja, das klingt jetzt sehr böse gemein von mir, aber es ist eigentlich... Nee, es ist lächerlich. Entschuldigung. Es ist lächerlich, wie die sich hier gerade anstellen. Es ist echt gerade lächerlich. Ich meine... Das ist doch... Das ist doch nichts. Jedes... Nee, du kastest hier nichts durch. Der Hunter bleibt blau. Ich meine, guck mal, wir können ja die Heiler umzimmern. Hallo, Mage. Das ist ja sogar an meinem Schild verweckt. Gut, da komm ich jetzt nicht nachher. So, jetzt aber. Zwei, nun. Hi. Yeses, Maria. Das ist ja echt... Also, hier kannst du auch ohne Probleme durchziehen. Hallo, Charmy. Guck mal her. Guck mal bei mich. So, zack. Fall um. Bob. Und tot ist er. Wir sind zu acht. Die Alice sind immer noch unter uns. Sie sind neun. Wie best, wenn du mal hier bleibst. Komm, stun. Zack. Tot. Ist er jetzt tot? Ja, ist er tot. Komm mal, komm mal. Unseren Hunter hier mal heilen. Ich glaube, der freut sich über so ein bisschen Heilung. So eine Mülle nimmt er gern mit. Das ist da. Ey, nee. Sorry. Das ist unglaublich schlecht. Fnet. Ah, da noch die. Ui, ui, ui. Ich muss nicht gleich babbeln. Ich hab ein Bubble mir lieber. Hab sie ja noch. Ah, Backpedal. Gut. Chill of Vengeance. Und da ist das Ding vorbei. 3-0. Jetzt sind wir zehn. Hey, da fällt mir nix an. Da fällt mir nix an. Das gibt's nicht. Gut. Ich sag Dankeschön. Und wir sehen uns im nächsten Video. In diesem Sinne. So, das war's dann wieder für heute. Ich sag wie immer, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Kommentar da. Einen Daumen nach oben. Und wenn du es nicht längst hast, ein Abonnement. Und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video oder im Stream wiedersehen. In diesem Sinne. Tschüss.